Startio. Arceo gleich Startio. Hey, habt ihr das neue Avenger schon gesehen? Nein, und du wirst jetzt garantiert nichts sagen, Arceo. Ha, 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 ha. Habt ihr meine Insta-Stories gesehen? Na ja, aber gleich wieder weggeblendet, weil ich wütend worden bin bei deinem Gesicht. Hä, nehmen wir nicht gerade auf? Ja, ja, aber ist Arceo ja wurscht, der hört ja nicht zu. Warum? Ja, aber hat Arceo dann so'n Scheiß, wenn wir ja gerade aufnehmen? Ist doch scheißegal, was man... Das ist ja ein... Sprachen lernen babbel. Schau mal, Arceo, nimm die Einladung an zu klicken! Ich kann das nicht annehmen, ich klicke da auf alles, was klickbar ist. Bei mir bist du offline. Ich bin online bei mir. Bist du online bei dir? Online, also online. On the line. Ist bei dir unten so'n Freunde-Plus-Zeichen? Ich bin kein' Freund-Plus, was ist das denn, was ist ein' Freunde-Plus? Dann weiß ich jetzt auch nicht, was... Dann, geh, geh in den Chat, siehst du den Chat von mir, von dir? Daniel. Akio, schreib mir bitte keine perversen Nachrichten. Kaukau! Versuch mir mal einzuladen, mit Rechtsklick. Lobby einladen, meinst du? Das geht! Roma, Akio, wollt ihr beide irgendwie was klären? Soll ich euch kurz in Ruhe lassen? Wir probierens erst mal, wir gucken einfach, wo was rauskommt, okay? Okay, also ich bin ja soweit. Der sieht so aus, als ob er überlebt. Der sieht ein bisschen aus wie du. Okay, sind wir doch mal ganz ehrlich jetzt. Ey, Freunde, ich überleere das und dich lasse ich einfach ninken. Ist das ja total unklug jetzt, dass Akio und ich uns nichts absprechen können, weil du ja mit im Chat bist jetzt. Oh, das tut mir echt leid für euch beide. Ja, wir können ja Roma stumm schalten. Nein! Nein! Gar nie! Depa Daylight, meine Damen und Herren. Depa Daylight. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's noch nie gespielt. Ach du Scheiß! Hör hier! Akio! Oh nein! Hör auf! Nur weil ich dich sehr eingestellt hab! Ach Polen, du wusstest das! Was laberst du, Mann? Akio, bist du jetzt in Polen? Der hat den Rentner kaputt geschlagen! Der hat den Rentner kaputt geschlagen! Du musst jetzt sofort noch achten, ne? Mit dem Herz klopfen und so, ne? Wo stecken deine dreckigen Füße? Akio hat super Zehen! Akio hat super... Ich weiß nicht, ob die Musik schnell schlägt oder mein Puls das ist. Hauptsache der Rentner hustet auch noch die ganze Zeit. Ich blute! Fack! Fack! Kio, du Mama! WAAAH! WAAAH! Du bist so schnell! Au! Ich weiß gar nicht, was ich... Ake, hilf mir! Wie kann ich mich verstecken? Ja, du musst dich irgendwo verstecken! Wo ist du, du Mama? Ach, der ist nicht so schnell, gell? Moment, das Spiel ging da irgendwie über Stop drücken, ne? Ich weiß nicht mal, wie das ging. Geweck! Pass auf, lenk ihn ab! Wiggle! 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 Der Haken da hinten, der gefällt mir, du, der gefällt mir! Die Fresse, Mann! Der gefällt mir! Hängst du schon? Ich wiggle mich nicht. Oh, jetzt hängst du. Lebst du noch, oder hängst du schon? Oh, der wiggelt nicht, der struggelt schon. Was machst du da, und du schläfst? Was, ich soll strugglen? Ich werd hier grad voll gedudelt. Kannst du mal sagen, wenn man das Spiel zu zweit gewinnen kann? Haki, kannst du mir sagen, dass du mir bitte hilfst jetzt? Möchte eins sagen. Ich dachte, Akio wär klug. Wieso? Was machst du denn? Er musste kurz abbrechen, seinen Satz. Ich dachte, Akio wär klug, und dann hat er gemerkt, dass Klo wieder abgehauen ist. Warum ist es unsichtbar? Ich hab keine Ahnung. Lauf, Bitch! Du siehst aber seine Kontur. Springt durch die Fenster, da schlägt er gegen die Wände. Was für Fenster? Ja, irgendwelche Fenster, such dir irgendwelche. Das glaubste, sei doch nicht. Die ist schwarze Rauch vor mir. Ist das normal? Nein! Warum liegst du schon wieder auf dem Boden? Du wattest voll Angst. Warum? Akio, alles wird gut, alles wird gut. Glaub mir. Wie soll das gut werden? Der Typ kommt auf mich zu. Das ist gut so. Akio, ich rieche deine ungewaschene Unterhosen. Wieso steht sie im Feindhelm? Ja, hab ich auch extra dahin gelegt, damit du sie suchst. Akio, siehst du mich? Ja, warte, ich repariere das Ding einfach schnell. Du musst mich reparieren. Ja, ich komme gleich zu dir. Ich bin total zart. Ja, ich bin total zart. Ja, ich bin total zart. Ja, ich bin total zart. Ich rieche doch wieder, ich rieche doch wieder hier mit Brezeln, eine bayerische Brezeln. Links, 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 links. Komm mal her, komm mal her, deine bayerische Brezeln, ey. Halt die Fresse. Komm her, du. Ich check mal auf dich. Kann ich mich selber heilen? Fuck, ich müsste was tränken. Moment, wenn ich das gedrückt halte, halte ich mich selbst, ne? Kann man sich selber heilen? Da kommt der, da kommt der, da kommt der. Okay, was geht? Machst du gar nicht? Ey, echt? Zu zweit macht dieses Spiel einfach gar keinen Sinn. Hör auf, den zu nehmen, du Sau. Warte, warte, den kannst du schlagen. Ade, 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 ade. Ich wiggel dich weg. Wiggel den Mann. Geh mal weg von den Marken, der ist nicht gut, der ist Bakterienbe... Ey, ich geh jetzt nach unten, ich hol dich in den Keller, da wo du weggehst. Komm, hol mich in den Keller. Ich bin hier zusammen mit den Keller. Ich lasse diese Unterhose von dir, die ist nicht so geil gemacht. Warte, was ist jetzt? Ich bin abgehauen. Er hat gewiggelt. Ich habe hier weggewiggelt. Ich habe immer in den Keller gelaufen. Wie gut kann dieser Mann wiggeln? Was ist denn ein Totem? Kannst du nutzen, glaube ich. Keine Ahnung. Sag mir, ihr vermarscht mich doch. Ich verarsche mich doch jetzt. Warum? Weiß ich nicht, aber ich finde hier... Warst du nochmal? Du findest uns, ne? Ja. Versagst du gerade als Monster? Kann man sich gegenseitig heilen? Kann ich dich jetzt heilen? Du kannst ihn definitiv anfassen und dann in Liebe verspüren. In Liebe verspüren lassen, sagen wir es mal so. So, lass dich mal anfassen. Was? Was? Ich hätte mir nicht so einen alten Sack nehmen sollen. Mann, der brotten so drei Stunden um den Generator. Ich seh dich doch! Lauf, 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 lauf. Spring durch ein Fenster oder versteck dich irgendwie. Ah! Warum liegst du schon wieder? Er ist auch nicht draufgesprungen. Er klickt sich doch mit seinen dicken Russenbeinen. Wo sind wir denn hier, gelandet Flo? Wo sind wir denn hier? Erkunden wir das zusammen. Schauen wir mal, hier haben wir... Akio, lauf, lauf! Akio, lauf! Akio! Akio! Du hattest ein anderes Opfer! Was? Du musst doch kein Opfer. Aroma! Scheiße, das war nicht ne gute Mal. Aroma! Nein, nein! Geiles, geiles Stück. Kann man sich umsetzen? Ja, ich krieg das Ding. Danke. Sag mal, hast du auch schwergestellt oder sowas? Ich weiß es nicht. Lauf, lauf! Ja, Mann. Was ist das jetzt? Nein! Nein! Hau! Ja! Warum liegst du schon wieder am Boden? Gleich habe ich den zweiten Generator. Ach klar, den zweiten Generator. Ich seh dich drin. Ake, er kommt, er kommt, warte, ne, mach noch, mach noch, du schaffst es, warte, nein, Ake, lauf! Warum kann ich da nicht drüber helfen? Oh, 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 das ist jetzt aber eine sehr schwierige Situation, liebe Leute, oh, hört auf, die kleine Wur... Hört auf, hört auf, hört auf, hört... Hey, Ake, 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 Ake! Ake, 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 A und steht zwei Meter entfernt. Okay, ich muss zugeben, beim ersten Mal hast du mich verarscht. Dann hast du mich bekommen damit. Danke. Danke. Ich bin ein russischer Geist. Ja, ich glaube, hast du dich gerade Geist genannt? Russisch ist so krass, dass sogar beim Geist noch ein Erdrin ist. Ich bin ein russischer Geist. Du hast von mir vielleicht gehört, mein Name ist Kastroni. Ich weiß nicht. Ich war früher Gastronome. Aber dann starb ich. Hopp, das steht direkt hinter mir, der Hund. Ich gucke, was du machst. Aber dann starb ich an Gastritis. Okay, jetzt habe ich keine Gnade mit euch beiden. Jetzt wird getötet. Was? Ah, mein Gott. Da ist er schon wieder. Der russische Greif. Wie hast du dich? Mich nervt das Spiel. Mir reicht es jetzt. Vorbei mit dir. Gute Nacht. Wo ist der andere? Akku, ich bin tot. Warum bist du tot? Es gibt kein Wiggle mehr für uns. Da kommt Akku. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe noch nie mal was zum Abbauen. Akku. Akku, du hättest dich umschmeißen können. Akku, du hättest dich umschmeißen können. Akku. Der hat mich getroffen, der Hund. Akku. 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 Jetzt will ich Akku. Ich wiggle. Aber das Ding ist viel zu nah zum Wiggen. Geh nochmal eine extra Runde. Alter. Schwerfach. Jetzt sein. Was, 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 Spiss! Arco, ich muss sagen, du machst gut, aber nicht gut genug. Ehrlich, du bist sowas von ne Fotter gegen zwei Leute. Ich dachte, Arco, du bist sowas von ne Fotze. Ich hatte kurz Angst. Ich schlabe, das am Motor reparete, was du noch, ganz klein.